Ich bleib nicht hier sitzen. Wir haben Bauchschmerzen. War das jetzt Spaß? Ich habe Bauchschmerzen. Ich bleib nicht hier sitzen. Ich habe Bauchschmerzen. Ich weiß, du hast Spaß. Ich weiß, du ärgerst mich. In Wirklichkeit kommst du jetzt gleich mit raus, richtig? In Wirklichkeit kommst du jetzt mit raus, richtig? Weil es ist wirklich Spaß ärgern. Weil es ist wirklich Spaß und Ärgern gewesen. Es ist wirklich Spaß und Spaß gewesen mit dem Bauchschmerzen. Bleib nicht drin sitzen, bleib nicht drin sitzen. Ja, aber mit dem Sitz bleiben. War das Spaß oder Ärgern gewesen? Wo du jetzt doch mit raus kommst, tust. Wo du jetzt doch mit raus kommst. Wo du jetzt doch mit raus kommst. Wo du jetzt doch mit raus kommst. Wo du jetzt doch mit raus kommst, tust. Was? Nein. Ich dachte, du machst mir Spaß mit sowas. Was braucht mit raus zu kommen, Mama? War das wirklich gerade Spaß und Ärgern von dir gewesen? Muss ich mich wiederholen? Nein. Weil du gerade gesagt hast, es wäre kein Spaß in Ärgern gewesen. Mitten drin sitzen bleiben. Mitten drin sitzen bleiben. Weil es doch Spaß gibt, Ärgern gewesen mit drin sitzen bleiben. Ja. Kommst du jetzt doch wohl mit raus? Ja, ich bin noch hier. Was hast du denn? Kommst du jetzt doch wohl mit raus? Ich bin nicht draußen. Kommst du jetzt doch mit raus? Bin nicht draußen. Ah, auf der linken Seite ist Nebel. Der Lichtstock, da musst du aufpassen. Guck mal, ob das Berekwasser rot gefärbt worden ist. Ist das rot geworden? Nein, genau so wie es war. Im März wird Schnee kommen, in bürrische Kälte. Richtig kalt soll sein. Richtig kalt soll sein. Wie ist denn so? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020